Da jetzt so, weiß ich nicht, Schollensiedlung hätte ich mehr gefühlt und mal Zehnkampf. Oh wie geil! Direkt! Es tut mir so leid für Naomi, die zwei Stunden lang keinen bekommen. Erstes Match mit dir. Bam! Zehnkampf! Okay, jetzt voll reinbuttern. Ich hab' den Spawn ein. Es ist okay, perfekt. Ich stell' mich einfach hier hin und versuch' irgendwas Gutes zu machen. Reihen aktiviert. Oh, von links ist einer. Der Roller haut ab. Oh, der weiß! Jawohl. Ah, der ist einer bei uns, Leute. Der hat ja schon tot, drei Gegner da. Aber es ist ja irre, wir sind die ersten 2,5 Minuten total egal. Ja, das ist richtig. Die ersten Minuten sind eigentlich nur dazu da, um zu zeigen, wie krass man ist. Und den Gegnern sämtliche Hoffnung zu machen, in der Hoffnung, dass der Rage spürtet. Ja. Und wenn dann noch, nee, mal keiner gerage spürtet ist, dann fängt das Match an. Komm, jetzt noch drei von uns tot. Ich springe zu dir, Backlern am Ende. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aber dacht mir gern. ich hätte mich zurück zu sein in zweit mein mann ist ja noch achte nicht wollen hier von aktuell sind wir im hintertreffen ok wo einer ist auf unserer seite deswegen ja das tod wir bombe der roller kommt es ist so schlecht aktive strahl wo ein habe ich erwischt mit stein da sehr gut er muss auch noch schreiben jetzt drei tod sind sekunden ja wir haben gewonnen nein nein ich glaube das haben wir gewonnen der siebte sie sieht es aus als hätten wir die voll zerstört aber irgendwie wir haben das wir hatten den hoffnung gemacht und sie wieder gegen team gespenst also kann ich chillen schnitt zweier siegesserie die gegner ich finde das ist eine gute motivation wenn ich meine die basis und wir müssen recht sein ich habe gar nicht geguckt wie unsere randoms sind ich bin immer gewohnt dass ich normalerweise durch rotieren aber ich habe geguckt war ganz in ordnung ja dann sterbe ich da jetzt also ziale kreis wahrscheinlich wollte er einfach mich abpacken ja und dann fange ich jetzt zurück ich habe streiten wo einer ist links unten mit rave break zwei von uns sind tot vorsicht einer ist bei dir ich guck dass ich den ich bin gleich der dritte der es geht ich flüchte er suchte ich mich einfach nur der ist tot das blöckling hat mich ich bin auch doof ich wollte mein gier wechseln das blöckling weg daran doch heute hat er mich erwischt scheiße wolf break ab haben sie hingestellt aber sehr gut schlecht ich springe zu dir halbe minute noch ich gehe mal auf den turm jetzt kann ich ja was das ist eine gute idee ist mit dem hydranten im gegner team wenn man mich einmal erwischt weil ich nicht aufgepasst hat die aktive strahlen einer ist tot die drand auch ja ist egal die haben gefahrt ja sieht auch sehr gut aus ok jetzt wechsel gleich meine schuhe wechseln wenn bei den gegnern gefahr steht heißt das wir haben mindestens fünf wo auch noch er wird es gar nicht sagen dürfen dass umami ruinen doof sind jetzt weiß das spiel dass du die nicht magst und jetzt kriegen wir die immer wieder das hat mit marie mal hier vor auch so funktioniert operation goldfisch mag ich die man ja und schick aus auch nicht so schlecht aktive strahlen rechts sind ich habe ihn erwischt ich habe ihn erwischt einer sind ok passt nicht nur noch der pinsel war ja scheiß drauf ich sag nichts mehr ich komme mir ganz überflüssig frei nichts gemacht einer kommt über die ravern geht hier links an dem ding ok habe ich habe ich habe ich wenn man eine stinke wolken mit es so aussieht als würde ich irgendwas machen strahlen aktiviert auf die brühe jetzt können sie sich befreien ja das ist recht bei mir ich hätte einfach nicht der tot der der raus sieht gerade leider immer die karte das aber jetzt habe ich auch mal gegen die andere verloren der müsste da irgendwo deckung sein nein ich verliert auch dass wir wichtig gegen den nachdreck ja noch eine halbe minufe wir sind noch nicht in gefahr aktiviere strahlen bei dem auch super viele sprungen wo hin alles orange in der mitte schwer das schlechter es war krass wir haben sie so gut dominiert und dann so durchgebot hat das ist revierkampf ja gut dass nintendo bald sich ein monopolien kompetente aufbaut er kann die wieder revierkampf zu einem kompetenzen sind sie übereinander dabei muss man doch treffen ja vielleicht müsste ich dann öfters machen auch dabei sprechen richter zu auch noch nicht so ich muss da öfters glaube ich team zombie verrückte welt nicht beißen lassen das gott ist glaube ich echt gerade die bessere map für mich und das gefühl ich habe für mich da nützlich ja vielleicht gehen wir mal strahlen drei spiele anvisiert sind glaube ich noch bei sich so wo sind der vierte naja dreck ah inkstrike ja das ist eklig mein gott einer kommt rüber über die brücke bei uns habe ich wollte jetzt nicht haben dass der bubbles sich da abfängt er hätte da schon noch ich werde ich da so ein visier ok ein oben erwischt ich nehme noch zwei aber mit der grünen google es kann nicht wahr sein zwei kommen rüber ich habe diese abgehauen ich habe zumindest wie dumm als ob mich die kaputt machen ich nehme noch zwei bürge ja 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 also ich bin zehn sekunden vor schluss zu den drüber gegangen habe es geschafft also sagen sieht jetzt von oben eigentlich krasse aus ich bin jetzt echt lieber aufs coach da fühle ich mich ein bisschen sicherer außerdem finde ich wüsten einfach hässlich wüsten sind hässlich ja und so sandig er ist aber da kommt einer mit dem stempel und wir wollen oh mein gott alter wie lange ständig er denn er hat nicht mal irgendwie spezialstärke ich sage irgendwie habe ich das gefühl stempel ist einfach gemacht worden irgendwie habe ich das gefühl sind was ich nicht so aktiv mit achte kono stichstahl stärker 80 kunden ist ja genau so lange wie der krebs oder habe ich nur noch zwei man stirbt doch der hand der markiert ist es wie er dahinter ist gestempelt aber in drei mal getroffen kommen die heute muss den holen darauf habe ich jetzt auch gebraucht dass ich da oben ist einer wir sehen mich an dreck 22 wir bombe ok du bist selbst ja dann wollte ich auch nein ja immerhin haben wir ja bisher dem als zehn kampf immerhin eine runde gebe ich stimmen müssen ja auch mal auf die team jetzt achten es ist die aber schon neu hier der teammate ach so ach so du hättest wegen team ja ich habe von hey der sieht ja auch dass ich den bogen ja wieso denkt er sich ich nehme ihn jetzt aber den mit dem blubbomber und den spreng klar gut der ist glaube ich färbekräftiger so viele sprinkler vielleicht sollte ich auch einfach flüger spielen mit bogen und in der nähe bleiben damit ich ich weiß nicht ob das so gut ist also nicht nah aber so dass ich hinter dir bin und drückendeckung man hier fliegt dann alles um die ohren ich bin safe ja ich werde noch ein bisschen spawnen ok dann aktiviere ich mal strahl noch ein blubbomber und den da oben habe ich airbrush der kleckster tötet mich und kack dich den zug aus und drückt sich noch ein hatte ich sogar ja ich bin nein ich wurde so cool kugel gekrügelt nein ja und den bogen sehr gut rechts ist bei mir auf der linken seite boah krass schutzplatte ausgegangen vor sich schade schade ja trotzdem gewonnen nice lol keine ahnung wie aber ich nimm es mit ag 31 dankeschön für den fördung wieder ich sag doch da guck mal ja was es erwähnt wieder ruinen einer komplett von links alter krass mal vor sich er wird die belagern an nicht zufrieden nicht läuft. Ne, ne, ich hab noch nicht spawned. Ja, der wirft ja auf mich, ne? Nice, ey. Geilte, war ja nur der Anfang. Ja. Jetzt wollen wir wieder auf. Hier, sieht gut aus. Vorsicht, da kommt einer zu dir. Nein, gar nicht, weil das vom Namen immer, ich bin. Nur noch die Bande. Kugel auf den geschmissen. Perfekt. Ah, die waren zwei. Oh, das ist so bescheuert. Hast du das gerade? Jawohl. Äh, ja. Bis Zucker. Ja. 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 nach mann jetzt macht er noch eine cool kugel ich meine wir haben das verloren aber ich hoffe ich so deutlich das war mit dem squeeze hätte ich immer dreimal gekehren dann wäre er auch aus dem match gegangen aber wir haben die coolere farbe stimmt kann man wieder chillen so tun sogar wie der hat mich noch gut gemacht Krass. Aber egal, ich hab die Grenze. Schau mal ein bisschen den Anfang ein. Mit dieser schönen Farbe, finde ich, sollten wir das auch. Ist einer oben? Ah, der haut von meinen Strahlen ab, der ist hinter dem Turm. Aber dann ist es einer. Wie bist du denn? Mal gucken, ob ich den Hydranten bekomme. Ich habe nicht bekommen, ich bin tot. Ah, ja, aber da ist... Ach so, der Pinsel war das. Ja, der kommt jetzt gleich übers Gitter. Aber wir haben das weg. Oh mein Gott. Ich hab doch gerade diesen Zuger bereit. Okay. Ja, wie dran ist es weg. Sehr gut. Okay. Äh... Ah, sehr gut. Ich glaube, ich geh mal wieder... Da kommt gleich... Ah, du bist da oben. Ja. Ja, der Pinsel ist weg. Ah, irgendwer ist dann Turm. Ja... 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 Ich... Ich... Drück mal weg. Ich habe mich gekillt. Oh, oh, 20 Sekunden noch. Oh, komm, das gibt's nicht. Alle tot. Scheiße. Alles wieder eigentlich ganz gut. Wir hatten so gut die Kontrolle, da sind wieder einfach so die letzten Sekunden. Ich hätte auch einfach gar nicht um den Turm gehen sollen. Einfach so ein bisschen defensiv bleiben, von hinten belagern. Schauen wir mal. Chluju. Ne, habe ich Lust. Chluju. Chluju. Okay. Ja, wieder zwei Bögen. Krass. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Okay, einer tot. Kran aktiv. Wieder einer tot. Vorsicht, Ink strike. Hm. Der Dünner Räder kommt näher. Okay, der Dünner Räder kommt näher. Die Dünner Räder kommt näher. ich habe jetzt einfach zurück und für den ständen hat er zu spät gekriegt naja tod ist wo bist du da die aktive strahlen naja bin tot aber in ordnung die narole tot der legt der legt sterbe ich jetzt einfach gleich der platz sich ich glaube der gerade dass das korrekt oder so dass gerade plötzlich einfach rennen stehen geblieben in der rolle ist auf jeden fall auf der rechten seite mit dem sogar lol aktive strahl ich komme ein bisschen nach vorne alles gut wieder hin dann ja schnell springen ja gut okay passt was der ist tot der rechten seite dass ein dünner reichen als ob der mich der erwischt das war gerade dadurch von der feine aber haben wir ja ich bin auch mal hin nice nice ich will ganz gut sehr cool Crew mit Stiefeln und Waffenmix Alright, let's do this Waren aktiviert, die sind alle bei sich in der Base Ich will gar nicht mehr auf dem Turm, das hat letztens nicht so funktioniert Ja, der Sniper hat auch mehr Reichweiter als du, glaube ich Glaub ich, guckt er sich einfach die Leute abfuckt, die auf dem Turm gehen, das nehmen nur noch die Doppler Ich habe mal eine Stinkelwolke zu euch Oh, von hinten Krass Oh, nahe zu spät Ja, ist in Ordnung Und er saugt Ich fass es nicht, ooo, war absolut richtig von dem Nein, was wird, ooo, scheiße, ja, der Pinsel kommt rüber Nee, oder? Nee, komm nicht Jetzt ja Doppelwolke, das ist natürlich sehr blöd Ach, das wird schön Guck mal, dass ich den Sniper wegkriege Oh, sehr schön, sehr wichtig Ich hab das auf der rechten Seite, auf der rechten Seite beim Bogen Ja, Dreck Ja, drei Tod Okay, die letzten halbe Minute gehe ich mal doch in die Mitte Einer sagt zu mir, unser Bogen geht rüber, alter krass Ja, da wurde gesnipet Aber sollte kein Problem sein Jawohl Nice Sehr schön, sehr schön Ja Läuft er jetzt Na, gegen Gespenst Okay Burby Das klingt so ein bisschen nach, ich weiß nicht So ein rülpsender Kirby So Blöden Hm Ah, kommt der erste Regen einfach Pinsel hört mich, kommt jetzt rüber Er war schon ein bisschen angehittet Ja, hab ich, hab ich Gut ist er Ja Damit, oh gut Sehr schön, sehr schön Ja, Katu Schirr hat mich dann Ja, die haben auch gute Sprung, wohin Äh, werde ich mal gleich die einen zumindest kaputt machen Ah, Pinsel Versucht mich hier von da unten zu erwischen Ah, okay, der ist weg Der ist bei sich da oben, der ist, der ist runtergekommen Der kommt gleich von rechts runter Ah, der ist da oben Er ist am Turm Der kommt zu dir Oh, jo Der ist ja voll an mir vorbei Ein Zentimeter Da haben wir immer noch einen zweiten Bogen, ey Ja, das Bettling erwischt Boah, noch irgendwen erwischt? Ich hab keine Ahnung Junior Tester Nee, der Hero Dings Fällenwache, ja Ah, Pinsel ist bei uns Okay, das ist okay Ah, Kicken Ah, ist das so bitter Ich hasse es mit da Und dann schießen wir den noch ein paar Strahlen auf Ja, gar nicht mehr Vor der Sache Nein, noch ein Double-Killer, aber bin down Ah, schwer Versuchen wir mal den Rand zu holen Ja, er ist durch Aber er ging dem Gespenst darum Passt es Ah, der Bluff-Bomber war gar nicht mehr so schlecht Oh, die Special Hat gereicht Nice Krass Nie drauf geachtet Oh nein, oh nein No pressure Ah, ich fühle den Druck Ja, wir haben eigentlich ganz gute Färbewaffen Was haben die Oh, zwei Splatane, nein Nein, ich hab schon so rausgehört Splatane magst du jetzt nicht gerne Gegen kämpfen Ja, keine Ahnung Die laufen einfach rückwärts und töten dann Keine Ahnung Die sind mir zu mobil So Nintendo einfach Wie bauen wir richtig Druck auf Ruinen mit zwei Splatane Da freut sich wohl Oh, David Klima Okay, ich hab mal ein paar Strahlen drauf Ja, sehr gut Ja, sehr gut Der Splatane hat mich nämlich wieder unter Druck gesetzt Ja, ich konnte ihn nur einmal an hinten Immer hier raus Ja, du bist der Letzte Ja, ich bin zurück Wollte, hätte mich sonst gekriegt Ja, kann man mit einem Ninja rein Also Strahlen aktiviere ich Okay, Pinsel weg Eine Stinkelwolke rein Da hat er bei uns an der Basis Uh, nice shot Dass deine Tresuka war Nice Ja Okay, einen hab ich Pinsel Ja, drei tot Sehr gut Man, ich hätte so gerne die Boje der kaputt gemacht Das ist jetzt sehr ärgerlich Ja, sehr gut Die Airbrush hat dann noch einen Kill geholt Ja, sehr gut Und der stimmt jetzt auch Das Splatane hat Gegen den Camps Nein, ich trau dir Nein Schade Vertrau mir nicht Der kommt jetzt in der Basis rein Aber ich glaub, der ignoriert dich Ja, die haben Gefahr Er will es gegen dich kämpfen Und dich beschäftigen Ja, ist tot Aber hat das sehr gut gemacht Die waren alle auf den Fokussiert Was, die Wanne Als ob Also uns gehört noch auf jeden Fall So die letzten 10 Sekunden Ob das gereicht hat, weiß ich nicht Ja, die haben wir jetzt noch ausgewertet und ich höre von dir jetzt Nintendo, das ist nicht so synchron Habe ich ja voll gespoilert Habe ich ja voll gespoilert Echt mal Alles alleine gemacht Und die haben die bessere Farbe So kann man nicht gewinnen So, ich spiele jetzt auch Ich musste kurz ans Handy Achso, alles gut Geht aber schnell viral Ne, wenn der 100-Tag-Kampf gewonnen hat Bestimmt dann direkt angerufen Hey, Glückwunsch Ja, ja Ach, der hat zwei Anrufe bekommen Die musste ich erst mal ablehnen Voll hübschen Ja, booyabombe Nein Oh mein Gott Ich habe gerade das Maximum aus der brenzligen Situation rausgeholt Alle tot? Ja, fast Okay Rechts ist, okay, sehe ich auf Oh, die Hydranten Kann ich die vielleicht von hier aus erwischen? Nee, alles egal Scheiß, wir strallen Hier, das hier Bündnerrolle ist rechts runtergekommen Bündnerrolle tot Doppler week Ach, der haut ab Ach man, ich denke, die noch kriegen müssen Ich verstecke mich hier hinter Damit ist Ja, ich habe Sprunginflation Letting ist rübergekommen Ja, mit dem Tora Ja, also ob der mich noch mit dem letzten Dash kriegt Und der haut ab Ey Ja, letzte Minute Jetzt können wir wieder ernst spielen Mach die Ballons nochmal weg und dann hat die wir strahlen Mein Irgendwer killt meine strahlen Ziele Komplett ins Leere Die Special Rechts ist Plattling Vorsicht Ja, die Splattling ist recht gut Oh, sehr schön Wichtig jetzt Zukunftsverschluss Die haben zwei Also die heavy Splattling habe ich Nee, gar nicht wahr Da oben ist was anderes gewesen Keine Ahnung, was da oben war Ich hoffe, der Bluffbomber färbt jetzt nicht noch irgendwie signifikant um Von denen Knapp verloren Ich glaube Gewonnen, meinst du Du hast gewonnen Falsch ausgesprochen Ich habe leider heute noch gar nichts gegessen Das war es, warum nicht Ich bin ja erst spät aufgestanden Bin denn zu denen in Stream Dann war ich einkaufen Und dann war ich wieder zu Hause Und dann habe ich noch Besuch erwartet Ein Besuch kam nicht Doch, der kam ja Deswegen war ich ja einmal 15 bis 20 Minuten weg Aber ich wollte mir halt dann nicht was zu essen machen Wenn ich mir was zu essen mache Und der Besuch dann kommt Das bin ich dann blöd Einfach was essen Also zu gucken Der Besuch Ja Ich hätte so gelacht, wenn die Buja-Bomben runtergeflogen sind Wieder gegen Team Gespenst hier offensichtlich Ich realisiere das gerade auch so Ich war so herrlich Lila, aber Welches Team ist denn gelb? Ich muss sagen, ich spiele halt ultra selten gegen Zombie Deswegen Sitze ich hier manchmal Und hab keine Ahnung Selbst wenn Zombie ist Team Zombie ist wieder Wenigsten Boah Was bin ich jetzt verreckt? Ah ja Ah gut, da muss ich sagen Ist ja Nintendo so ein bisschen selbstschön Ich meine Nintendo Geister sind Buhoo Nintendo Skelett ist Knochen trocken Und dann Zombie Weiß nicht Wenn du als Nintendo Keine Ahnung Ah gut, die können schlecht wieder Werwolf oder Papiere nehmen Da ist ja auch irgendwie lame Gab es das in Spliff und 2? Ja 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 rechts irgendwo Böse Ah, ich bin weg Oh, die sind sogar Oh, zum Glück hat die nicht Noch irgendwen Random Schuss Als ob krass kann ich weg Ärgerlich 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 Ja, der kennt den ab Der betreut Ich bin Nice Haben wir gewonnen? Ich glaube schon Guter Also ich hätte ich gesprungen Bin Ja Ja Das ist echt gut eingeführt Von denen Und der Manny Was geht? Gegen Nator 1,50 Wie eigentlich Wie soll ich 1,50? Weil Das ist meine Startnummer in den Formel 1 Spielen Oh Okay, sowas ist cool Ich dachte Ich wusste ja auch erst gar nicht Viel haben ja dann Geburtstjahr drin Oder Also Um genau zu sein Ist das Das Geburtstjahr von meinem Vater Und weil der mich Weil ich wegen dem So ein Motorsport begeistert bin Habe ich das als Startnummer genommen In Formel 1 Spiel Und deswegen dann jetzt hier auch als Zahl Unter meinem Namen Ah Cool story Okay, nice I see Das ist immer wohl viel Wie 1,50 Ja Fast Ja, knapp daneben Wieder Ja, der Doppler ist einfach jetzt bei uns Der greift sich jetzt an Wahrscheinlich Nee, der schlägt einfach, oder? Ich hab keine Ahnung, was Er macht was In der Falle wohl lassen sollen Ich glaube, der wollte einfach Auf unserer Seite sein Der dachte sich Orange ist schöner Alter Als ob der noch lebt Jetzt der Tod an Was ist der correct? Äh, ein, ein Pfeil Lol Uh, Entfernung Da kommen wir zwei rüber marschiert Nein, 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 stirbt doch Oh Ja, die springen jetzt hier Ja, die springen jetzt auch da Aber hey, das heißt Ja, einer springt Aber hey, einfach Irgendwann könnt ihr In deren Base Und wir haben wir Hier ist egal Also hier ist Oh, ihr seid Meine Tod Hier kann keiner Irgendwann Scheiße Ich hätte einfach nicht sagen sollen Dass es gut läuft Nein, komm, 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 komm Push Ach, Mann Na, ich wollte mich jetzt Vorbeischleichen an den allen Also noch halbe Minute 30 Sekunden Ah, schwierig Aber wir haben hier auf jeden Fall Ah, die kommen wieder rüber Oh, das ist doof Also wenn der jetzt Random ihn erwischt Nee Gerade Belastend, ey Uh, irgendwen da oben erwischt Okay, es leben nur noch zwei Mal gucken Mal gucken Oh, okay Keine Ahnung Wir sind auf Ja Also Ich möchte mal ganz kurz sagen Dass die Person Die da gerade am Ende Aus unserem 5-4-Gegner gegangen ist Eine absolute Legende ist Weil die hat unser Spiel gewonnen Ja Ist einfach kann ich nicht Ich will ja noch irgendwo nützlich sein Es soll ja immer noch ein 4-gegen-4 Und nicht ein 3-gegen-5 werden Also, ne So Ja Ja Ich weiß, wie kann die da Tankstampe da so durch Oh Gott Ja, ich habe gerade was ausprobiert Nur auf ihr Leben Wir sind gerade gespawnt Perfekt Mal, du bist hier zurückgeschwungen Und strahlen Let's go Jetzt muss ich mal hier wieder klarkommen Das war noch nichts von mir Aber die sind noch nicht schlecht Die Gegner sind Ich muss sagen Ich habe bisher auch gefühlt Nichts gemacht Nichts gemacht Nur verreckt Das ist das Das ist Bevor ich hier auch noch verrecke Auch einfach schnell weg Und leider Ach komm, der geht auch Oh, der ist Gehittet Der Subkar ist da Man nicht auf den Fass gekriegt Mal strahlen Und dann die Basis rein Ich kann doch nicht sagen Wer von denen so krass ist Ich sehe einfach Zwischendurch diesen Komm, es war jemand Hinzu Na schade Nur ein Das wäre es jetzt gewesen Du hast ihn aufgehalten Hier ist noch Ja, der ist tot Auf den letzten Nein Es wäre unverdient Wenn wir das gewonnen hätten Weil wir Wurden komplett an die Wand Gespielt Aber sieht gar nicht mal So schlecht aus Ah, schade Na Aber es hätte einfach wieder Gezeigt, wie Revierkampf ist Es wäre halt wieder Revierkampf gewesen Ist nicht mehr so drin Gegengespenst wieder Ach komm, wir alle haben so ein Abzeichnen beim Kopf Die Gegner nicht Deswegen sind wir halt auch Cooler Und wir haben auch die coolere Farbe Auf jeden Fall die coolere Farbe Ne, ich hab dich noch nicht gesucht Ne, nur Ist erst in einer halben Stunde Geht in einer halben Stunde Erst durch Ah, Mist Noch muss mich wohl Hier durchziehen Aber die sind Ah, okay Einer ist weg Eine halbe Stunde Noch Und erst ein Mal ziehen kann Kass Das war echt heute Einfach ultra lucky Am Anfang Mit sechs Matches Komm, der Stipp Deine Holbuje Komm Ach, schade Leider nicht Aber ich hab auch gesehen Gartenbuff für die Holbuje Oh, Inkstreck Ah, ich sehe Egal, da sind zwei Stück Ganz links Ah, natürlich soll die werfen können Und ich jetzt kommt einer rüber Sehr gut, sehr gut Drum auf dem Turm ist einer sein Nein Oh Gott Ich hätte wegspielen sollen Ey, total doom Oh, geil Da sieht es Sieht gerade noch gut aus Wenn wir das halten Geh mal auf der mittleren Turm Oh, du bist Oh, fuck, fuck, fuck Nicht wie dran Sehr gut, sehr gut Nein Ich bin der Letzte Mal gucken Mal gucken Oh, ja Dass ich Die Letzte war In den letzten Sekunden Das Können es besiegelt haben Ah, schwierig Ah, jetzt will ich Easy gewonnen Nee, war knapp Ja, aber gut gehalten Also Last man standing Hat funktioniert Oh, nice Bam Genug Weil es den Kämpfer noch bekommen Morgen wollte ich Tricolor reinhuschen Das war Eigentlich die Idee Normalerweise spiele ich Splatfest nur Tricolor Weil ich den Modus einfach gut finde Und ich gehe jetzt hier nur rein Wegen den Abzeichen Aber Ich meine Ganz ehrlich Wenn ich jetzt dieses Splatfest Das nicht bekomme Das wird ja nicht das Letzte sein Und ich meine Ich habe jetzt Sieben von zehn Also dann hole ich mir zur Not Immer noch beim nächsten Mal Von daher geht das Und da kommt einer über die Rayburn die Blase Oh, du bist der Letzte Ich bleib hin Und Mango, danke schön für dein Foto Danke schön Ich habe vorhin gedacht, ich hätte gegen dich gespielt I know you Seh dich oft bei Wolfie Ja, der Mango ist doch gerade am Start Mango, welches Splatfest Thema müsste es denn geben Damit du das wieder fühlst Achso, ich sehe den Chat bei dir Ich habe nur den Screen Alter, der lebt doch Oh, schön, der gewandet Weg hier Ja, ich bin Schwere Frage Da fühlst du gerade allgemein nicht mehr wirklich Ja, dann haben wir den nächsten Nächstes Season Wenn du dich dann wieder auf S Plus hoch grindest Da sehe ich dich auf jeden Fall Und für die gesprungen Ja, mach mal Oh, der Blaster ist hier vorne Ich wollte den Bogen weg Ja, ich wollte den Bogen weg Ja, aber dann kann der Blaster Ja, okay, ich gehe wieder mehr nach hinten Und versuche ich bei dir jetzt ein bisschen In seinem Bereich zu halten Oh, das ist so dumm Töte ihn Vielleicht wenn das Thema Eistee kommen würde Na, Pfirsich Zitrone Im Link gab es das nicht sogar schon Gab es doch nicht, welches Zitrone versus Pfirsich meine ich Ich guck gleich nach Also, in Splatoon 2 meine ich In Splatoon 2 Ja, also da kann ich mich nicht daran erinnern Oder es war häufig ein Diskussionsthema Aber ich müsste gleich mal gucken Es gab ja auch Hawaii Pizza schon Pizza mit oder ohne Oder Klopapier vorwärts, rückwärts Boah, ey War ein dummes Thema, ey Jedes Mal, wenn ich den Bogen im Visier habe Kommt irgendeiner und nervt Scheiße, ey Ja, die haben Gefahr Ich guck jetzt nach Splatfest Eben Jetzt ist Schlujo bei den Gegnern Was für Räter Natura ist letztens gegen Wolfie gespielt Das kann sogar sein Er spielt auch ab und zu Splat Was gut ist, wenn man gegen mich spielt Oder mit mir spielt Kann man sich eigentlich auch sehr sicher sein, dass ich das bin Weil ich habe noch keinen anderen mit dem Namen Wolfie nachher mal gesehen Das stimmt Und ich heiße es auch überall so Also auch auf Social Media und whatever Ist schon auch mega nice, wenn man so einen einzigartigen Namen hat Ich glaube, du hattest mir damals, das war ich total irritiert, du hast mir glaube ich irgendwann GG geschrieben und ich wusste gar nicht wieso, ich glaube, du hast gegen Matthew gespielt, aber das war nicht ich Muss ich leider enttäuscht sagen Hattest du gegen diesen Matthew gewonnen oder verloren? Das ist ja schon Monate her, keine Ahnung Okay, dann hast du gewonnen Negative Erinnerungen behält man länger Ja, das stimmt Also richtig krasse Leute behalte ich auch länger im Kopf In Erinnerung Ah, schlecht Ah, jetzt kommen die Runde Und er schläft auch noch Ach, der auf der Ding gesehen Guck mal, wie hieß die Splatling der wegkommt Ah, die kommt runter Die Splatling kommt runter Krass, das ist zu mobil Er täuscht an, dass er nach links geht, dann weicht er nach rechts aus Äh, mit so einem Tempo Oh, wir gehen Immer wieder ein bisschen von oben belagern Ja, ich bin tot Oh, jetzt Du bist der letzte Da an der Front Mal gucken, wie das ausgeht Halbe Minute ist noch Ja, okay, den Schuss hat er versammelt Der war nicht gut Also der Gegner Ja, sehr schön Ich komme mal wieder runter Ah, schade, schade Oh, ich habe ihn noch gekriegt Das kommt ja von Shluju Berat uns nicht Ja, gewonnen hat er glaube ich trotzdem Was ist Wulfi Nathos Lieblingstier? Sie geht aber die Frage geht an mich Soll ich das bestimmen? Ja, so knapp Ja, hierauf würde ich sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Oder vielleicht ein Smurf Oder ich den Sniper Ja gut, der ist schon tot Wahrscheinlich nicht vielleicht jemand Ja, muss ein Anfänger sein Wenn er jetzt schon tot ist Ich kann jetzt schreien auf den Schießen Wenn er es nicht schafft, die auszuweichen Anfänger Oder ich bin es Oh mein Gott Ich habe den Player mit der Haftbombe erledigt Erste Haftbombe kill Ich habe den Player mit der Haftbombe erledigt Zweiter Er ist eine Präsentation Voller kommt von rechts Er ist eine Präsentation Er kann mal da hin Ah, da gehen wir noch Ja, das ist ein Präsentation Ah, verdammt Okay, ich bleibe hier hinten Sniper und Bogen Da kann ich nicht Leider nicht sicher auf den vornstehen war hier der player der kann ich hinter mir habe ich hatte gerade das besser wie hatte die tinte deshalb aufgegeben ich glaube der wusste das einfach nicht was mit dem glaube ich glaube es ist einfach so ein bisschen mit leise ist mein schild hier auf und gehe das aber nicht das nicht nein mann oh mein gott kass und jetzt wird es nur nach also die ersten paar sekunden an lag die pech dann wird wieder achtung bogen pinsel als ob der pinsel hallo krass ist wieder eine x spieler aber alter was ich habe alle mit den super geholt da wird mir jetzt stinken an dem stelle ja der slow jetzt ist keiner von uns aber das muss noch mal gelingen und jetzt kommt darüber zweimal getroffen hat mich jetzt zweimal zweimal getroffen wie kann der einfach so viel schneller ist noch mal getroffen man es ist so behindert aber er hat dann alles gemacht was wir brauchen als jemals noch eine knapp verloren ich meine es ist nicht so eine klatsche wonach es am anfang aussah ja ein prozent so genug krass 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 ja ich glaube der pinsel war matchmaker sobald er ist wenn der weg war war die an sein team erstmal aufgeschmissen das weiß ich nicht weiß nicht sagen lila orange und so das sind so zwei farben die sind normalerweise für mirror matches irgendwie immer wenn man über match hat und ist man entweder so lila oder orange irritieren dass das jetzt einfach so die main farbe gerecht sind auf jeden fall zweifel entfernen aber das netz nicht noch zwei einer sommer auf dem turm bei hammer ist tot und lebt oder sich bogen hat dann muss ich mir nicht angehen alt sind sie dazu dritt ja das ist auch eine sprung wurde wollte ich kaputt machen der der hammer ist wie einer kämpfe ich hier immer allein jetzt gegen drei leute das ist ja krass wir sind echt häufig auf einer gruppe hier auf dem fleck ja sehr gut ist dann alle bojen weg und auf der rechten seite kommen wegen ja die sind aber alle sehr sehr rechts ein habe ich sogar der ist schwach genau perfekt aber bei dir ist noch eine wohlseite mit dahinten tot perfekt es ist der letzte der lebt hat mich natürlich getötet er ist jetzt da und sehr gut jetzt von rechts und einer das bringt auch wir hin der pinsel ich habe ja ich habe noch gekillt aber glaube ich nicht mehr gezählt aber gewonnen ja es ist eindeutig sehr schön nice hat sein schaden eingesteckt da sehe ich mich ich glaube das ist egal weil ich glaube bisher das ist nicht egal ja ich habe sogar aus dem debt zumindest schon mal eine faust gesehen ja das geht auch das ist auch in der kategorie wohl die meisten ja ich glaube wenn man auf dem boden sitzt dann hat man die schlechtesten karten ich habe da mal eine tabelle gesehen ich kann das ok gerne gerne das ist die große weil er gut ok wo ein habe ich und noch ein ich werde um du machst ja bist das in ordnung beim dritten darf ich sterben na gut ich stehe auf der kanzel ja ich spreche kann ich mir drei schüssen kaputt machen den schild oder recht jetzt aber wenn da jetzt keiner drauf geschossen hat nur nicht da ist man das nicht irgendwo testen können fahren aktiviere ich ich müsste vorlaufen ja vielleicht auch nicht so und amix danke schön für die frage danke schön da kommt schwer wieder eine stinke wollen wir können da liegt er mich nicht erst mal einer oben auf diesem teil dort in der mitte ja tot ist er müsste sind drei von vier tot sind also jetzt bist du nicht also ich da oben ist einer da kommt eine runde der letzte hier ist ist und der ist der wird die raven hören naja das war zu frech ihr könnt ihr nicht umreißen sehr schön vielleicht noch ein match interessant hat zwei minuten haben wir auch schon die ganze zeit